Wenn Sie erfahren möchten, welche spannenden und lesenswerten Artikel wir in Ausgabe 15 von Sicherheit das Fachmagazin für Sie vorbereitet haben, dann bleiben Sie jetzt dran. Übrigens, den Link zu dieser Ausgabe finden Sie wie immer auch unten in der Videobeschreibung oder gehen Sie auf www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund, bis demnächst, Ihr Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIRUS Consulting. In Ausgabe 15 behandeln wir die folgenden Themen. Risikofaktor Mensch – von der Gefahr zur Ressource. Umgang mit verdächtigen Gegenständen und Postsendungen. Sicherheitstipp – als Zeuge einer Straftat Täter richtig beschreiben. IT-Sicherheit – häufige Sicherheitsirrtümer verständlich entlarvt. Tipps und Tricks – ein einfaches Handzeichen für den Stellenhilferuf. Wertvolle Tipps zur sicheren Kommunikation. Ey du! Ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit. Das Fachmagazin kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr BIA-Jeschweineböcke. BIA-Jeschweineböcke.